So, was bedeutet zu mir, dem schönen Koopa? Wow. Das sagt immer jeder, wie er es verdient. Äh. War ich hier nicht schon mal? Nicht mit dem Commander, das stimmt. Das ist ganz wichtig, mit dem Commander macht man sowas nicht. Boah, nee, nicht dieser Satz. Schade, du warst leider nicht da. Das ist egal, was du stiehlst. Du wirst das nie verstehen. Und du schon. Das wirst du bald erfahren. Das Risiko gehe ich ein. Okay. Der Koopa mag diesen Satz ganz besonders. Sein Lieblingssatz. Äh. Wo bin ich denn jetzt? Übrigens, hallo, Lazy Frog. Schönen guten Abend. Wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? War ich hier schon? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ähm. Hier bebt es ganz schön. Oh, der Controller vibriert. Das ist ein bisschen Stamm verdienten. So. Bei Grab das Hammer, bei den Söhnen von Varvan. Du wirst gerecht werden. Aber sowas von. Das war vor ein paar Jahren. Hippie so. Vor ein paar Jahren ist gut. Das ist ein halbes Jahrzehnt. Das ist ein ganz... Das sind zwei Jahrzehnte her. Äh. 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 Und jetzt? Wie soll ich denn da rüberkommen? Ah, muss einfach nur hoch genug klettern. Okay. Merkt. Höhe. Gleich. Reichweite. festhalten, Junge. Festhalten, festhalten. Nicht darunter fallen. Das ist für doof. Oh, da ist ein So angenehmer. Was habt ihr gegen meinen So? Und lustigerweise, danke Lazy Frosch, du hast mich wieder an meinen Lieblingsspruch erinnert. Ja, ist wirklich eine Verbesserung. Nichts effektives, leider. Nicht mit dem Commander. Das habe ich früher immer gesagt. Wenn ich, ähm, wenn ich gezockt habe, dann war ich kurz davor, ähm. Da war ich kurz davor, wenn ich, ähm, wenn ich kurz davor war zu sterben oder, äh, wie ich, ich mit dem Cooper Duelle gemacht habe, ähm, dann war das immer so, wenn ich ihn dann überlebt habe, gekillt habe, war mein Standardspruch immer nicht mit dem Commander. Ah ja, er ist ausgeschalten. Sehr gut. Dafür Glazy Frosch, dafür Time Outen oder so. Ich finde den Spruch toll. Danke. Ich habe den, ich habe den ganz vergessen, dass ich, äh, dass ich diesen Spruch mal hatte. Das sind so Dinge, die vergisst man im Laufe der Jahre dann, wenn man es nicht regelmäßig benutzt hat. Das ist wie Fähigkeiten, die einfach dann verkümmern, wenn man es nicht immer benutzt. Muss ich wieder öfter sagen. So, habe ich Fähigkeiten? Ich glaube nicht, ne? Wollen wir zwei Punkte dafür, oder? Ne, wir können ihn sogar kaufen, geil. So, wenn wir gegeneinander, gegeneinander gezockt haben, war Hippie ständig kurz vorm Sterben. Also kam der Spruch wirklich, wirklich häufig. Das stimmt. Wird der Skilltree noch größer? Ich habe keine Ahnung. Also ich vermute mal, dass noch ein bisschen was dazukommt. Ähm, aber, also, meine Vermutung bei diesem Skilltree ist... Also ich weiß nicht ganz, wie ich es zu beschreiben. Du hast ja diesen, dieses kleine Ding in sich. Ich dachte, du hast das Spiel selber gespielt, Koppel. Ähm, du hast hier noch links, ich glaube, sie... Zwei, vier, fünf... Vielleicht sechs Fähigkeiten. Hier noch fünf und da vielleicht noch zwei. Ich weiß nicht, ob es da in diesem großen Kreis, da also links, rechts, oben noch deutlich weiter geht. Ähm... Aber schau mal. Joa, vielleicht eine Stunde. Wart. Wis weg. What you see is what you get. Heißt das. Das ist, äh, aus der Programmiersprache was. Is what you see is what you get. Auf der Arbeit bräuchte ich mir einen Counter für den gleichen Zug. Kennt ihr das? Wenn du irgendwas hast, du... Wir haben uns nicht gesehen. Bleib wach, Sir. Ja? Und da wirst du für alles gedisst. Richtig! Ich bin noch neu in der Branche. Hab Gnade. Ja, der Kuba hat keine Gnade, sowas kennt er nicht. Das hat er nicht in seinem Wortschatz. Drum auch immer nicht mit dem Commander. Welche Branche? Hey! Oh Gott. So, also. Lange oder gar keinen Sinn. Wir haben hier ein wunderbares Artefakt. Wo können wir das Pendeln? Die runterschmeißen. Das wäre mega lustig. Wo hängt das eigentlich drin? Da oben ist ganz viel Licht. Wo ist denn das festgemacht da oben? So. Äh, und jetzt? Warte, kann ich da... Ich habe beim Untersuchen des Sarkophags etwas bemerkt. Es ist ein sehr guter Ort, um Quellgeister... Es ist ein sehr guter Ort, um Quellgeister loszuwerden. Du hast mich hergelockt. War das immer dein Plan? Du bist so dumm wie ein Schrottsammler. Die ist ganz schön fies. Da musst du gleich mal Selbstmord begehen. Das kannst du ja nicht anhören, die Troller. Was? Ich muss meinen Trümpf herausnehmen, wovor die ganzen Psychokinesen, Psychotrials und so kommen. Du bist dran. Ich lass die Mitte kommen. Oh, jetzt läuft der weg. Ein Aufschwürdiger. Ich habe freies Schutz. Wir werden dich büßen lassen. Seht ihn verwundet. Ich werde nicht zu deinem Opfer. Dein Todesgewiss. Halt dich. Lass ihn nicht bekommen. Wo war das? Oh oh. Äh. Hallo, sie? Ähm. Padawan. Wo ist die Macht? Überall. Sie ist in mir. Sie umgibt mich. Ganz richtig. Sie verbindet dich. Manchmal werden dich Gefühle, Schmerz oder Erschöpfung. Täuschend, denn du wirst dich getrennt fühlen. Isoliert. Es ist eine Illusion. Dein Lichtschwert liegt dir. Außer Reichweite. Aber durch die Macht bleibst du mit ihm verbunden. Spüre die Energie um dich herum. Und dann rufe deine Waffe. L-T-Magnet. Ach, L. Lass dich nicht entmutigen. Die Macht ist in dir. Um dich herum. Verbinde dich mit deiner Waffe. Ganz ruhig, Padawan. Lass dich durch nichts ablenken. Also, Twitch-Chat. Ruhe. Yay. Die Macht ist mit mir. Sie verbindet uns. Magnet. Ja, ich glaub schon. Zieh Objekte entgegnen mit der Macht zu dir. Oh, kann ich jetzt so einen richtig megageilen Darth Vader-Move machen, indem ich Gegner zu mir ranziehen und einfach durchschneide mit dem Lichtschwert? Das wär cool. Wisst ihr? So war's. Macht das Spiel viel einfacher. Stell dir mal vor, der hätte nicht alles verlernt, was er gelernt hat. Und du hättest das von der ersten Sekunde an. Mensch, das wär ja phänomenal. Du müsstest ja fast nichts mehr machen. Und du kämpfst einfach überall hin. So. Ja, eventuell geht das. Oh ja, das wär megacool. Wenn du einfach Gegner zu dir ranziehst, einfach so einen megageilen Darth Vader-Move machst und einfach durchschneidest mit der Hälfte. Wenn man fairerweise sagen muss, durchschneiden von Menschen geht hier nicht. Du kannst nur Monster durchschneiden, aber Sturmtruppler, ne. So, lass mich ran. Ah. Tada. Mit dem Lichtschwert geht das doch. Ne, du kannst nicht durchschneiden. Du lebst noch? Ja. Wolltest du das nicht? Zum Glück berücksichtige ich alle Eventualitäten. Was denn? Macht's ja jetzt ein auf, äh, äh, auf, ähm, Dr. Holmes. So. Ich bei USK 12. So, Bullshit. Neue Fähigkeiten sind verfügbar. Yay. Wirf das Doppelklingel-Lichtschwert in einem Bereich um Carl. Das ist ja geil. Was haben wir hier? Carl fährt einen Spazialangriff aus, äh, während er seinen Lichtschwert-Typ wechselt. Was? Okay. Halte X. Das könnte ganz lustig sein. Okay. Schön, dass ich damit es dieselbe wegschnetzelt. So, Carl's maximale Macht erhöht sich. So, drei Fähigkeiten, wo man in der Carl wirft seinen Lichtschwert nach vorne und zieht es dann wieder zu sich, um alle Gegner in der Flugbahn des Lichtschwerts zu treffen. Das ist auch so ein Darth Vader-Move. Mega cool. Das erinnert mich an diese eine Szene, die sie in der Nacht gemacht haben. Äh, Szene 36 oder was das war. Was haben wir hier? Erhöht die Reichweite von Carl's Lichtschwert-Wurf. Mega geil. So, BD1, äh, füllt deine Machtanzeige mit seinen Stim-Behältern vollständig auf. Auch gut. Ähm, durchhalten vom Magnet kann Carl die meisten Gegner heranziehen und halten. Große Gegner können ruckartig in Carl's Richtung gezogen werden. Das ist mega gut. Ja! Jetzt müssen wir sie los und durchschneiden. Ja, genau. Den, den Move brauche ich. Den Move brauche ich. Der ist mega cool. So ein Darth Vader. So ein klassischer Darth Vader-Move. Ein mächtiger Schub mit dem Carl Gegner-Truppen durch die Luft schleudern und große Gegner zu Boden werfen kann. Okay. Ich brauche mehr Fähigkeitenpunkte. Ich merke schon. So. Maximal Leben erhöht sich. Carl regiert zusätzlich Leben, wenn ihr einen Stim-Behälter von BD1 benutzt. Okay. Carl für einen speziell... Lichtschwert wechselt. Okay. So. Aber... Es ist praktisch schon überall jetzt noch eine Fähigkeit verfügbar, ne? Die wir noch nicht freigeschalten haben. Die erst am... Am Ende dann kommt. Aber dann sind wir, glaube ich, schon relativ weit in dem Spiel. Also relativ weit in Anführungsstrichen. Äh... Aber wo sind wir jetzt hier eigentlich gerade? Okay, wir sind jetzt hier. Ah, wir müssen... Jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Fantastisch. Oder? Ich glaube, wir müssen jetzt hier wieder zurück, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, wir müssen jetzt zurück, wir müssen jetzt in den Raum mit dieser großen Kugel dann rein. Halt, du kleiner BD1. Das ist so... Das ist so assi. Verliert ihr nicht aus den Augen. Das ist so assi. Ich bin auch alleine hier fertig. Direkter Töp. Ähm. Das ist so assi. Wir haben einen mächtigen Angriff und Grabwächter verwundbar. Nutze Magnet, um sie zu unterbrechen. Also... Das ist so assi. Das ist so assi. Das ist so assi. Das ist so assi. Hallo Joshua, schönen guten Abend. So, haben wir das. Und jetzt. Achso, warte mal. Ah. Das macht das Spiel so viel einfacher. War eigentlich gerade was, was ich machen konnte? Ich konnte ja gerade was machen. Da war gerade so ein Punkt, dass ich interagieren konnte damit. Und jetzt nicht mehr. Sehr komisch. Aha. Ah. Er kann uns nicht alle besiegen. Wir können ihn nicht stoppen. Ah. Komm schon, auf ihn. Er ist zu schnell für uns. Hilfe, PZ. Na komm. Ah. Zack. Oh, tschüss. Hallo. PZ. Bleib stehen und kämpfe. Er hat Schaden erlitten. Er ist so gut wie erledigt. Hilfst du mir mal, PD? Ich werde dich verlieren. Du kannst uns nicht aufhalten. Greif da an, ihr Feiglinge. Ich werde dich leiden lassen. Wir werden alle Verräter auslöschen. Stell dich, Feigling. Mach ich doch. Der Jedi hat mich gerade gehalten. Das war's hart. Ja. Du wirst bluten. Ach. Für das Imperium. Aua. Wir werden dich ausschalten. Das Problem ist gar nicht mal so sehr, die anderen, der, der Typ, sondern dass die zu zweit sind. Ich treffe ihn nicht. Und dass da oben noch so ein komischer... ...druhig denn ist. Wir gewinnen. Stimmt, PD. So. Bin ich jetzt allein? Ja. Bist du. Sehr schön. Okay, haben wir das. Komme ich da hoch? Ja, da komme ich hoch. Aber da ist nichts. Ach, lass mich raten. Ich komme jetzt hier wieder zurück. Aber ich habe jetzt die Fähigkeit. Zack. Okay. Das ist ein riesiges, großes Vieh. Ich nehme erst mal das Echo an. Ein Opfer für den hier begrabenen Weiß. Damals wurde es als wertvoll angesehen. Opfergaben für Mikthul. Der Weiße dieser Epoche verlangte wertvolle Opfergaben. Na, ist doch schön. Na, komm. So. Ein Wink mit der Hand. Ich bin nicht dein Mittagessen. Das stimmt. So, wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Äh. Ich glaube, da lang, ne? Ich muss jetzt wieder einmal außenrum und dann erstmal nach oben wieder. Glaube ich. Bin mir nur bedingt sicher gerade. Ne, warte mal. Wie komme ich denn da wieder hoch? Ich bin leicht verwirrt gerade. Weil ich gerade nicht weiß, wie ich da wieder hochkomme. Ich habe es echt vergessen. Ah. Den erst mit den Treppen. Wir haben hier einen Eindringling. Trefft ihn endlich! Wir haben einen Treffer beim Ziel gelandet. Zurück mit dir! Nicht stillstehen! Okay. Juhu, ein Speicherkreis. Ich bin begeistert. Ich muss mich ganz kurz auffüllen. Ich habe nämlich nichts mehr. Und das ist relativ doof. So, haben wir das. Eindringling über uns! Immer drauf! Weiterfeuern! Ich werde nicht nachlassen! Ciao! Ah, ich kann die Sachen sogar mitschleppen. Okay. Ich muss ja noch bei der einen Truhe seines Dingens abfackeln. Und das können wir, glaube ich, dann damit relativ einfach auch bewerkstelligen. Ich sollte mich zurückziehen! Erkipp mich! Na toll! Bin ich hier fester allein? Steh auf und kämpfe! Schön! Hilfe, bitte! Oh, ich wollte eigentlich gerade die Macht nutzen. Ah, der ist super funktioniert. Okay, so geht's auch. Macht's ein bisschen einfacher dann. Das ist die Frage. Was muss ich jetzt mit dem Dingens da machen? Das kann ich jetzt, glaube ich, hier nehmen. Und dann hier so rein. So. Habt dieser Schubmachst- Man wählt funktionierend, wenn der Kern offen liegt. Also wenn die so einen Aufladeangriff machen. Ja, 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 das habe ich schon gecheckt. Weil der dreht sich hier dann drin. Das habe ich tatsächlich schon gecheckt. Ich film das immer zu langsam. Was? Die Pflanzen stehen besonders, wenn sie Syrer heißen. Was? Okay. Kann ich das da hinten abfackeln? Also bringt das was? No. Weil da kommt Wasser hin. Das war bloß eine Idee. Ah, warte mal. Ich kann das hier, glaube ich, dann... Ach, warte mal. Geht es... Ah, gehen sie aus, ne? Natürlich gehen sie da aus. Das ist klar. Also muss ich andersrum... Ne, warte mal. Hä? So, gut zu wissen, Kopsierer. Moha, ich bin clever. So klug der Kopsi. Well. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dieses Kopsi wieder loszuwerden? Nein. Das wirst du dein Leben lang gehalten. Zurecht im Übrigen. Absolut zurecht. Ah, okay. 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 So, muss ich kurz husten. Ähm... Und jetzt? Check ich gerade nicht. Also, das hier verstehe ich. Ich muss die Dinge hier abfackeln. Die Frage ist, wie? Weil das Problem ist, ich habe ja ganz viel Wasser, was hier runter tropft. Das heißt, ich muss irgendwie in diesem Wasser vorbei. Ach, warte einen Moment. Ah! Es geht natürlich auch in die Richtung. So, und jetzt muss ich da hinten dann vorbeilaufen. Wie geht das überhaupt? Kann ich da vorbeilaufen dran? Das war ein Zeichen von Respekt und Ehrfurcht vor dem hier vergrabenen Waisen. Hm. Symbol des Respekts. Kerzen wurden häufig als Zeichen des Respekts und der Ehrerbietung für den Weißen Mygtrol entzündet. Okay, aber was mache ich jetzt hier? Was mache ich jetzt hier oben durchwerfen? Okay. Weil hier kann ich es nicht durchwerfen. Das ist sofort raus. Genau. Die Kerze, wenn sie mal Wasser trifft, ist sie sofort kaputt. Ähm. Das heißt, ich muss irgendwie diese Kerze jetzt darüber bringen. Nach Hinweis fragen. Nein! Gut. Wie verhindern wir das Erlöschen der Kerzen? Ja, wir können ihre Metallgehäuse benutzen. Wir brauchen. Vielen Dank.